Das ist das Cologne? Das war ESL One Cologne 2017, müsste das gewesen sein. Da sind wir da draußen rumgelaufen, das war auch meine erste ESL One. Ich überlege gerade, war das 17? Doch, das müsste 2017 gewesen sein. 16 warst du noch nicht mit. Nee, 16 war ich noch nicht, genau. 18 war das Irre und 17 war ein Jahr davor, ja genau. Genau, das war auch meine erste ESL One Cologne. Das war ein halbes Jahr nach meinem Face-Reveal dann. Und da haben wir Tapsen im Flur getroffen. Und dann dachten wir, machen wir mal ein Foto. Aber das ist wieder das Gleiche mit dem Banner. Hast du wieder nur den unteren, oder? Ja, das habe ich jahrelang so durchgezogen, ja. Da hat sich nicht viel verändert bei mir. Der ist da voller als bei dem anderen Foto. Das kann sein, ja. Wart ihr, also du, obviously schon mal, aber warst du schon mal auf einer ESL? Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht? Noch kein einziges CS-Event. Nur Cologne. Weil ich andere Events habe. Immer wenn irgendwelche Events sind in Deutschland, habe ich mal ein Trickmania-Event. Jedes Mal. Wirklich jedes Mal, wirklich jedes Mal, ja. Das müssen wir irgendwann mal, irgendwie kriegen wir das mal hin. 100 Prozent. Sieht schlecht aus nächstes Jahr, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich Kalender anschaue, uff. Sof. Aber naja. Vielleicht kommt es ja auch wieder zu ESL. Das war ja vorher bei ESL, Trackmania. Und wurde dann irgendwann rausgeschmissen. Vielleicht kommt es wieder, wer weiß.